Ich hatte gerade mega fail, ich habe erstmal ein bisschen gespielt, ohne den Stream überhaupt am Laufen zu haben. Ja moin, komplett lost. Naja, heute mal wieder eine Runde Clash Royale, wir werden hier im Pass Royale auf jeden Fall probieren weiter zu zocken. Haben jetzt hier auch zwei Schlüsse, glaube ich, noch über um... Haben wir noch die zwei Schlüsse? Ja, zwei Schlüsse über, um hier Kisten zu skippen. Probieren auf die 5500 Trophäen vielleicht, 5525 zu kommen. Wäre auf jeden Fall mega geil, aber dafür müssen wir auf jeden Fall schon sehr durch schwitzen. Naja, trotzdem viel Spaß bei dem Video. Falls ihr keinen Content mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Okay, nicht schlecht gemacht von ihm. Schade, aber wir machen hier auf jeden Fall ordentlich Damage, sind hier schon in der doppelten Elixierphase. Brauchen jetzt nur noch einen Blitz. Setzen den Bomber jetzt hier. Ziehen den Golem sogar nochmal zurück. Bekommen kein Damage, gar kein Damage jetzt. Eismagier macht jetzt hier hoffentlich seine Arbeit, jawohl. Dann ist es hier good game. Einmal den Heusmiley. Easy. Let's go. Let's go, let's go. Hex ist weg. Also, ich weiß nicht, er ist halt drauf reingefallen, aber das wird jetzt trotzdem hier eigentlich sehr, sehr schwer. Müssen jetzt hier irgendwie probieren. Ja, der, ja, damit war's das. Scheiße. Der Hogwader kommt immer irgendwie ran. Vielleicht kommen damit ja die wenigsten klar, so. Weil sie am wenigsten gegen die Decks clashen. Oh, ist natürlich mies, wenn man die wegsabben kann. Spiel jetzt hier einen Ritter hin. Wie viel Damage machst du? So, let's get it. Easy. Rewa kommt rein, hittet die beiden einmal. So, dann kommt jetzt die Prinzessin. Kriegt den letzten Hit dran. Dann spielen wir's ganz... Ja, kann er nicht mehr gewinnen. Gut, game. GG's. Erste Log kommt rein. So, und dann haben wir's eigentlich so gut wie geschafft. Weil das zweite Log reinkommt. GG's. GG's. Oh mein Gott. Wie wenig Damage macht denn das Log? 80 Damage nur? 80? Wie wenig ist das denn? Er hat mich jetzt eigentlich auch zu Zeit geht hier. Er hätte irgendwas machen können, aber... Ich spiel jetzt ganz dreist die Rakete hier drauf. Haben es aber schon vorher geschafft. Let's go. Kommt der Eisgeist hier so? Äh, lol. Der greift jetzt gar nicht an. Ja, macht er jetzt hier nicht schlecht. Bekommt er trotzdem... ...keinen Hit. Soll er bekommen. Komm, Junge. Let's go, alter. Logbait über alles. Wuhh. So, dann gehen wir noch ein Game rein. So, jetzt kommt von mir der Daumen hoch. War klar, dass er irgendwas spielt und eine Art Zauber. Zwei Hits sind's. So, dann soll er erstmal mit dem Koboldfass jetzt hier klarkommen. Was kommt? Ein Bomber. Bomber gegen Koboldfass. Total akzeptabel. Not bad unterwegs hier. Die Elite-Barbaren. Das ist in Ordnung. Wohl, mach da nicht mehr drin. Ha, ha, ha. Let's go. jetzt sind es oder so Warte, noch einen Moment. Genau. Ja, kommt einfach der Defensive. Ja, bekommen hoffentlich die Feuerquälte in da, mit. Ähm. Reicht das? Let's go! Oh, Alter! Let's go! Zu einfach! So, dann haben wir eine Riesentrohe freigeschalten. Komm, bitte was Brauchbares. 125 Joker auf jeden Fall brauchbar. Keine Frage. Naja, der Rest aber eher wieder Müll. Einfach 13 AP, ja. Mit welchen wollten wir jetzt... Wir gehen hier mit den Rittern, genau. Wir gehen mit den Rittern drauf. Dass wir dann mit dem Buch hier die Kobold Gang machen können. Aber Schnellspielen lohnt sich. Brauchen jetzt hier nur zwei Logs. Dann ist das ganze Ding gegessen. Ich bin jetzt hier ein bisschen offensiveren. Hex ist weg. Und dann... Gebe ich ihm die Chance, hier noch das Ganze abzuwehren. Und im Endeffekt kommt das Log so oder so drüber. Dann haben wir gewonnen. Let's go! Endlich mal ein Deck, das wir beherrschen. Indem wir wieder gut sind und wo uns keiner einfach mal so schnell nass macht. Haut da rein. Danke für deinen Forderen nochmal. Und... Ja, dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Ich werde hier ein paar Sachen ausbauen. Wahrscheinlich gehen wir morgen das Rados Level auch hoch. Und dann, ja, haut da rein. Bis zum nächsten Steam. Und... Dann würde ich sagen... Haug! Wuh!